In einer globalen Welt ist die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten. Vom günstigen Online-Shopping bis hin zur weltweiten drahtlosen Kommunikation. Wir alle profitieren davon. Egal ob Bürger oder Unternehmer. Damit das auch sicher und fair geschieht, müssen klare Regeln aufgestellt werden. Das kann ein einzelnes Land nicht mehr leisten. Dazu bedarf es einer starken Gemeinschaft. Europa ist so eine starke Gemeinschaft. Und es liegt an uns allen, dass es so bleibt. Daher Europa mit uns.